Du kannst mich gerne jetzt handeln, wenn du willst, Matawaka mit der Bosse becknettet Hast du eingestellt, dass es kein Cursed Item gibt? Weiß ich nicht Ich glaub schon Was glaubst du euch zu essen? 2 Uhr, 2 Uhr, 2 Uhr Was ist denn? Ich liebte Hallo Hallo, wo bist du? So Hallo, wer bist du? What are you doing, motherfucker? How are you? How old are you doing, sagte Can you cook? Die, ja, fick deine Mutter Sieh mal, red nicht so mit mir, Peach Was war das, Ollen? Servo Servo Wieso machst du das? Du gehörst eine alte Maus Was los, hast du keinen Bock? Halt Halt Dann mach auf 14 Halt 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 Hallo Was versucht ihr da eigentlich? Passiert schon wieder nix, Alter Halt 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 Oder Canste froh sein, dass es kein Curse Island gibt, ich würde es auch klackenl Auf hai Wechsel Sag mal nochmal, Jasen, dieses Halt Halt Hund Halt rolls War ich schon Hallo, komm jetzt raus du Dummer worden Aber prayer Eine Tür angefasst Duke Wo Was ist denn Mädchen procedure? Ich weiß nicht, habe ich nur gehört Ja, 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 ja. Ey, Melississen. Ja. Melississen. Irgendeine ging auf, ja. Melississen. Ja. Was ist denn? Melississen. Hallo. Achso. Seht doch. Nee, der ärgert mich nur, ich war nicht drauf. Ich weiß gar nicht. Sonst sagt er noch 50 Mal meinen Namen. Wir sagen Hunter, er huntet nicht, du dummer Hurensohn. Yasmin. Yasmin. Denkinen. Was? How old are you? Love you me? Mann, der Mausage ist einfach. Er sagt einfach old, er huntet. Nee, aber war easy focus. Das war ein Ding, ja, ja, schade. Fuck. Mal event? Ja, ja, ihr habt Foto, ihr habt Foto gemacht, kein Ding. Was haben wir für einen? Keine Ahnung, was will man noch nicht? Will ich mal wieder aufgucken? Äh, ich glaube, das ist irgendeiner, ich glaube, das ist der mit der Axt, glaube ich. Ah. Digga, ich sehe das huntet all den, ich sehe kein Knochen, was hast du hier eingestellt? Ich weiß. Ja, ne? Wo ist der Knochen, wo, wo ist der Knochen? Wo, wo ist der Knochen? Vielleicht weiß er das, der Penner. Hallo? Er sagt old. Er sagt old zu Klatsche. Ah, den nickt das gar nicht. Oh, der komische Geist. Er huntet. Geil. Nee, geist der Event. Event. Komisch, gell? Safe call Shade. Ah, geht ja gar nicht, ha? Noah? Ich weiß nicht, was denn diese dunkle Gasse gehen, ich erzähle. Ich bin im ersten Treffen. Und, was machen wir jetzt? Ich weiß nicht, was... Du stellst so viele Fragen. Baby, warum ich... Kannst du mal sagen, dass wir ins Buch schreiben? Cenk? Ja. Nein? Write in the book, schreib in das Buch. This book, hello. Write in the book. Write in the book, alter. Hallo? Schreib in the book. Hier ist der Buch, on the... On the... On the floor. And your book... Flower! In the bone, hallo? In the bone. Schreib in the bone. Du musst doch sagen, schreib in the bone. Schreib... Write in the book. Old, er sagt. Oh, du Kleine. Schreib in das Buch, bitte. Einmal... Hier ist ein Stiff, hier liegt ein Blatt, hier liegt... Licht, du kannst gerne jetzt bedienen. Ja, also, Polizier. Jo, ich hab geschaut. Ey, weißt du was, Huntmeet, du kleiner Hurensohn? Wenn du ein Mann bist. Er sagt nichts, er sagt Old. Ich bin von Kostak. Hey, ich bin im Spiel. Ja, ja, ich hab Angst von dir, ja, ja. Ja, dann komm. Ja, hey, ihr seid jetzt schon in Runde, oder nicht? Ja, wir sind noch gleich fertig. Ja, ist gleich fertig. Ja, ich komm. Ey, Hunt ist safe gleich. Oder? Nee. Hey, immer noch nicht. Weil ich muss ein bisschen Domi nerven. Ein bisschen. Im Spiel sogar. Bruder. Sei vorsichtig. Domi! Wenn das Kirst-Ein hier drin ist, Basuf. Komm schon, Mann. Achso, ich weiß nicht. Was? Was hörst du? Ja, komm schon. Yeah. Super. Wo, Bobby? Hunt. Echt? Ja. Toll. Ey, ich lass kurz kurz, ich mach keinen Hund raus, Digga. Die macht mich verrückt. Wer bist du? Komm. Casey! Oh, nee, jetzt geht's los, Digga. Nee! Fertig. Ich könnte mir vorstellen, dass es eventuell Buch ist, weil das so lange dauert. Buch dauert ja immer am längsten. Willst du? Sehr. Ich find schon, dass Buch immer am längsten dauert. Was, ey, versucht ihr mal zu sagen, mit ihm zu reden. Mit Ding, diese Geräte. Aber der hat ja schon geredet. Ah, das ist ja durch. Schmeckt gut, Dankeschön. Ops, seh ich halt nicht. I love you. Ich streich jetzt mal weg. EMF war so oft, aber kein Fünfer. Fingerprint, er hat auch viel angefasst. Oh nein, es ist ein Mimik, Alter. Bestimmt wieder. Keine Ahnung, kann ich gerade echt nicht sagen. Wir sind beide vorhin so verreckt an dem Mimik, Yasen. Warum? Aber zu zweit, ne? Ne, der Mimik hat den Diogo nachgemacht, also kannst du dich ja nicht verstecken. Ah, scheiße. Ey, oder ich mach's so, ey, ich chill jetzt ein bisschen unten, dann spielt du ohne mich. Einfach. So. Wieso? Wir sind doch gleich fertig. Dauert mir alles hier zu lange, ey. Ja, komm, dann geh mal raus. Ich hab kein Geduld mehr. Nein, so fertig. Nein, mach schon fertig, alles gut. Es ist doch, Junge. Na. Komm, Cenk. Ja, was habt ihr angeklickt, Junge? Mimik. Mimik, mach ich. Ich mach Mimik. Ich sag Mimik. Ich sag Mimik. Ja, mein Steam öffnet sich gerade nicht. Komm, jetzt, ey, wenn ihr mich hundert, ne? Er hundert. Ey, Event, Event. Komm raus, Land. Sollen wir so ein Event in den Arsch decken, Alter? Mein Steam öffnet nicht. Du schaust dann gleich mal wegen Dings, ne? Wegen dem Hunter-Item. Du machst den Taskmanage dazu. Ah, okay, ja. Und? Was? Schauen wir gleich mal wegen dem Hunter-Item, ja? Nee, du machst einfach nur die. Okay. Was? Cenk, wo bist du, Land? Ich bin ja, hä, drinnen. Ja, komm doch raus, Arminer. Achso. Hä? Ausbeeren! Du meinst, du meinst, du meinst, du meinst, du meinst, Ja, nein, tu ich nicht. Und Marvin? Kommt er? Ja, ja. Ich baub den. Achso, ja, ja. Schatz, siehe. Ich mach noch mal neue Lobby, kurz, warte. Okay. Onryo, ja, danke. Ja, finde ich doch ein CD, ja. Multipland. Great Lobby, privat. 60. So. Ähm, ich geh mal aufs Lobby raus. Achso, ihr seid schon alle rausgegangen. 605. Wait, don't do that. Wie? 605. 605. 690, was? 605. Ja. Ja. Und 6... 605. Ja. 649. 649. 643. 639. Ich meinte, ja. Brauch, wie sind die Kölner sind los, dumme. Ey, Noah, geht's noch? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Dings eingestellt ist. Ich glaub, ich hab's wieder vergessen. Was hast du vergessen? Ich glaub, ich hab's wieder vergessen. Hm? Schwierigkeit einstellen. Oh, nein. Egal, wir klicken kurz geistern, dann gehen wir wieder. Ey, Yassin. Ich hab von Anfang an ein Bildschirm nicht dran gemacht, gell? Weil ich ja bei Tante bin. Ja, ich hab vergessen. Drückt irgendeinen Geist an, wir müssen nochmal raus. Also, bleibt drin, aber drückt irgendeinen Geist an, keine Ahnung. Welchen soll ich anklicken? Keine Ahnung, aber was du denkst? Der, der sympathisch scheint. Ich krieg gar nichts an, mach einfach scheiß drauf. Klickt den Geist an, der sympathisch ist. Ich nehm Dämon. Ich nehm Revenant. Ich nehm wie immer Mare. Ich nehm Marvin. Ich hab Mare genommen, mal schauen, was rauskommt. Das Karten spielt ich. Und? Was kam raus? Keine Ahnung, vielleicht noch. Bei mir fertig ist geladen. Jurai. So, warte. Jurai ist von Chikichandegang. Zwei Custom. Ich hab Mare genommen, aber Jurai war... Aber jetzt ist es ja echt schwer, ne, also. Ich brauch ne Sägel. Oh nein, ich muss das wieder einstellen kurz, warte. Du musst ne Teckensägel? Für diese Walmus. Du musst kurz warten, ich muss das wieder einstellen. Du musst ne Teckensägel? Ich muss das kurz einstellen, warte, schluss. Alles gut, mach dir keine Gesamung, Dommer. Alles wird gut, warte. Machst du benutzerdefinite, bitte. Das kriegst du. Das soll eigentlich kein Problem sein. Ich weiß nicht. Schat. Wie behindert, gell. Meine Schäfte und mein, äh, Ding, mein Schwager wohnen ja in Amerika. Und der Stromanbieter hat angerufen, dass er jetzt das Werk abschalten muss. Wegen Strom, weil die Stromausfall haben. Weil das, äh, Werk nimmt das ganze Strom. Weil da grad Ding kälte ist. Da ist schon minus 30 Grad grad irgendwie. Das ist dumm, Alter. Äh, wo ist, ja, warte mal, ja? Go. Warte, ich muss Items reinballern. Da haben wir, äh, hier nicht können. So. Nicht. Okay, dann. Ja. Drück ihn bitte ready, danke. Äh, aber fliegt, äh. Ready to heavy. Auch. Ja. Das ist einfach so, ist, ist... Wieso sind die Bildschirme kaputt? Weil ich das eingestellt habe. Pass auf echt schwer ist, Marvin. Aber ich glaube, oh, Mervin. Mervin, Mervin, Mervin. Zerleis, lass ich dich gleich töten. Du kannst mir gar nichts. Ich versteck mich. Okay. Challenge accepted. Challenge accepted. Aber warte, ich muss Sound ein... Muss jetzt. Was ist los? Was ist los? Challenge accepted. Oh, Mervin. Der wird jetzt so accepted, Alter. Oh, Mervin. Oh, Mervin, Alter. Jetzt bin ich, jetzt bin ich gespriggert. Ich sehe keine Objekte. Ey, ohne Scheiße, hört mich jemand? Wo ist das Ding? Da geperlen. Das behalte ich nicht. What is los? What is los? What is los, Melissa? Nix ist los. Okay, sehr gut. Aber ich sehe keine Objekte, und du? So, noch eine rauchen, dann gehe ich weitermachen. Oh, Mann. Ey, Domi, warum sehe ich nicht an der... Ich kann keine Sachen nehmen, alles ist leer. Das lebt noch bei dir. Ich habe was vergessen. Ey, Domi, falls du nicht ficken willst, ich habe Räucherstäbchen. Hast du gelernt, oder was? Ja. Hat es bei dir schon geladen? Hm, bei mir nicht. Nein, ich schmeiße dir was auf den Boden. Der ist, glaube ich, ja, der ist im Keller, glaube ich, hier ist ein Raum, da ist was auf den Boden. Hä? Also, guck mal. Das, was du angehängt hast, sehe ich halt, ne? Guck mal hier. Ja, das brauche ich. Ich muss mit ihm reden. Ja, perfekt. Eine Sache noch, ist egal. Macht noch Ding, äh. Mangel schon versteckt, oder was? Überleg. Nein, nein. Ich weiß nicht, Bro. Was? Überleg. Ist das Kamera oder so? Ist auch gut. Der ist im Keller. Der Geist. Aber kennt ihr den Mann? Der ist im Keller. Ja, der ist hier in einem Raum. Ich denke, wenn ich den Keller runtergehe. Fertig. Was denn? Bruder, ich lauf hier im Dunkeln rum, Alter. Stell dich nicht an. Kann ich noch mein Räucherstäbchen aber aktivieren? Wenn du ein Feuerzeug in der Hand hast, einfach wegklick beim Räucherstäbchen. Ich hab keinen Feuerzeug. Scheiße. Ja, aber verschwänzt nicht, gell. Wir brauchen das, weil wir stehen hier noch echt schwer. Ja, wenn ich hier Dommi mich jetzt abfacken würde, dann... Ja, dann. Wo ist hier ein Feuerzeug normal? Im Auto. Ich hab keinen Platz. Ich mach schon, ich mach schon nix. Keine Sorge. Machst du wirklich nix. Wallah. Ohne Zimmer, die. Ey, Dommi ist behindert, wenn es um sowas geht. Ja, er kann auch sein Geld damit verlieren, das weißt du, ne? Ah, der ist... Was Trollen angeht, bin ich echt giftig, ja, weil ich kann auch... Ich muss nicht. Ja, ich komm zu euch runter wie in der Hand jetzt, Digga. Nein, Bro, alles cool. Nee, weil ich weiß nicht, wo ich verstecken kann, deswegen... Du hast ein Räucherstäbchen, du bist sowieso alles... Wer flüstert denn hier die ganze Zeit, Alter? Du kannst dich... Ich zeig dir das, warte. Hier, hinten zum Beispiel, ganz hinten durch, da sind Mülltonnen, da kannst du dich verstecken. Wo? Wo kann ich mich verstecken? Mülltonnen, die sind ganz hinten durch. Da hinten durch, ganz hinten, hier. Er kann sich dahinter bücken und dann... Kamera steht? So. Ich glaube, wir haben Orbs, aber ich glaube, Licht ist an, ich seh nix. Ich mach mal Licht aus, nicht erschrecken, Marvin. Ja, wir haben Orbs. Geister-Orb. Das Länge ist, das Item in der Runde ist sowieso zu gefährlich. Mit den Karten könnte ich mich selber ficken. Das ist mir zu gefährlich. Wenn ich Hengen bin, kriege, der kann mir selber vergraben gehen. Also wir haben auf jeden Fall Geister-Orb, aber ich seh keine Dots. Die Fanta schmeckt gut, ne? Glaube Fanta. Ja. Ist okay. Ey Marvin, was machst du da? Hunt me! Hunt me! Das würde ich nicht tun! Oh, fuck me! Bitches! Ey, du Scheiß-Pinner! Naja, er kann immerhin so lernen, das Ding zu treiben, weil er in den Reuters steckt hat. Hunt me! Also, bis später! Dann lernt er es halt auf die Weile zurück. Tschüss! 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 Kann Marvin direkt trainieren, Alter. Ich muss leider afkar-bollen. Im Fall der Fälle. Meine Brie, meine Brü, ist schick. What is your chamber? Close-Chamber-System. Ey, er hat einer von euch die Box von... Noah! Ich will mit dem reden. Marvin will kurz mit dir reden. Also ich gebe ihm, dann bin ich wieder. Mach dir keine Sorgen. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Hallo, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich rede mit dem. Hallo! Lass mich in Ruhe! Ey, Ruhe! Ey, Melissa. Ey, Melissa. Wo bist du? Lad mich so, Mel... wor declaring ein Gruppe. Geh mal rein. Geh mal rein. Geh mal rein. Geh mal rein. Huchu. Ey, warte mal. Der hat uns Buch geschrieben, Leute. Ne, ich hab's hingelegt. Du hast gut gemacht, der hat uns Buch geschrieben. Macht ein Foto. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wer bist du? Ich hab leider kein Foto dabei, äh, Cenk hat auch so Liegt aber da unten irgendwo eigentlich Was Foto machen? Was Foto machen? Ich mach schon, ich mach schon Mach die Tür zu, mach die Tür zu, lass uns hier alleine Private Dinge machen Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ja, ihr kommt ein bisschen mehr raus, gell Er hat geredet! Oh mein Gott, ein Grinch? Was? Grinch? Geisterbox, hallo, fick deine Mutter Was ist Grinch? Hat er gerade gesagt, ein Grinch? Ja, so komisch Fuck you Das war ne Frau auf jeden Fall Hallo? Also wir haben nen Mare Fuck you, fuck you Fuck you on me, ne? Fuck youuuu Wir haben nen Mare, jetzt müssen wir nur noch Fotos machen Schleppt ihr alles mit rein, Salz und sowas? Jo Ey, warum spielt der Sound vom Spiel bei mir? Ist alles verbatgt, ne? Ey, wisst du was ich mich frage? Wieso hattet der nicht? Hey, wieso? Willst du was ahnen? Ich kann mir mal reagieren, Digga Nein, ist mein aber Wir müssen den aber jetzt handen lassen, weil wir brauchen nen Foto Ja, wenn ich dabei draufgehe, dann ist egal Aber die Karten sind halt 50-50 Ja, wenn wir jetzt noch mit deinem Seilstreuer hier rein wollen Nee, 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 nee Die Karten sind heiß Vor, lass es Wenn ich jetzt Eltern kriege, dann gehe ich mich ja hängen, Alter Ah, ge- Fotografieren! Ich hab kein Apparat! Oh Mann! Bei mir ist das ganze Spiel verpackt leider Bei mir ist das ganze Spiel verpackt leider Wohin soll ich rennen? Versteck dich! Wo? Komm zu mir in die Garage! Die Tasche So drauf gehen Wo? Wo versteckst du dich da? Irgendwann! Hier! Mach Taschenlampe aus! Und runter! Ich bin schon unten Gehück dich, du Sau Ich bin noch gewückt Achso Ih, dein Kinn, dein Gesicht ist grad in mir Och geil, Mann Och Hey! Ist er da oder was? Wo ist denn der? Ich glaub Hand ist vorbei, oder? Sicher nichts Wisst ihr was eklig ist beim Hand? Du kannst die Haustür nicht mehr öffnen Ja Mit 80 Er ist ja weg Ja Hand vorbei Ihr müsst spielen und schlagen dann, Alter Das geht ja gar nicht Ich muss eh gleich runter, kurz pissen und so Passt So, jetzt brauchen wir noch ein Geisterfoto Das macht Dome und ich Ah, so wie immer Ihr könnt ja zugucken Wo liegen die Karten? Das wüsstest du gerne, ne? Ich such die jetzt! Ich such die jetzt! Mhm In der Küche Ja Marvin versteckt dich am besten Wieso? Hä? Weil wir jetzt den handeln lassen Ich such dich Ich such dich Ich such dich Ha! Hallo How are you? Er geht raus! Er geht raus! Hey, ich muss runter Die gehen mir auf den Sack Ich komm gleich Hä? Ich muss raus Ich muss raus Wie lädt? Ich muss raus ich muss die karten